Zwei Raumflotten treffen aufeinander, doch wer wird diesen Kampf für sich entscheiden können? Die Flotte der Gläubigen der Pasta, der Pasta Fari, oder die Flotte der Skadetia Directorate? Wer wird siegen? Ich würde ja auf die Flotte tippen, die Verstärkung hier hinten hat. Doppelte Flottenstärke. Ich glaube, wir gewinnen das. Und damit willkommen zurück zu Stellaris. Obachten wir das Ganze mal. Und gucken wir mal, wie es läuft. Das sieht doch erst mal gut aus. Mehr Verluste auf der feinen Seite und... Hier ist ein Konstruktionsschiff fertig. Ach, aber das ist ein anderes Moment. Du hast noch zu tun, du hast nichts zu tun. Wo bist du denn? Ach ja, genau. Du bist... Nein, du bist hier? Okay. Das öffnet mich gerade doch tatsächlich ein bisschen. Dann würde ich mal hier ausbauen gehen ein bisschen. Und das Ding nehmen wir auch noch mit. Das ist zu klein. Das lohnt sich momentan nicht zu besiedeln. So. Wir machen zwar Verlust, aber wir gewinnen das Ding im Großen und Ganzen. Das Ding hier hinten sowieso. Sieht gut aus. So, Nummer 1 ist erledigt. Die sind geflohen. Dann würde ich sagen, springen wir gleich mal weiter. Und zerbomben wir weiter ein paar schöne Dinge. Hier ist auch jemand am Kämpfen. Äh, ich kämpfe mit dem Raumhafen. Okay. So, das Ding ist geschafft. Dann kannst du jetzt hier den Planeten angreifen. Und ich gehe fast davon aus, dass es jetzt ausreicht, wenn wir anfangen zu bombardieren. Dass wir dann auf den entsprechenden Warscore kommen. Aber gut, einen übernehmen wir sowieso noch. Okay. Kannst loslegen. Wir greifen den Raumhafen. Und das ist schön. Der Krieg ist fast vorbei. Und nur bei so einer Anmerkung gerade. Warum ich den, äh... Was mir gerade auffällig ist, warum ich nicht auf den nächsten Patch wechseln möchte. Äh, auf den neuen. Oder einer der Gründe. Ich habe gerade eben angefangen, diese Folge aufzunehmen. So die ersten drei Minuten. Und habe dann gemerkt, dass ich auf der neuesten Version stand. Auf Version 1.2. Wisst ihr, woran ich das gemerkt habe? Da, dass diese ganzen feindlichen Allianzen auseinandergebrochen sind. Alle. Also das Land der Imperium hat seine Allianz verlassen. Die, äh... Das Collective of Icor ist raus. Die haben sich überall gegenseitig Migrationszugang gegeben. Extrem hat sich sehr viel geändert. Was an sich ja nicht mal unbedingt schlimm ist. Aber im laufenden Game ist das immer so eine Sache. Dementsprechend würde ich das jetzt erstmal so laufen lassen. Ich habe dann auch, wie gesagt, neu geladen. Es ist auch nichts Wichtiges passiert. Ich fand es nur halt ganz interessant, das mal zu sehen. Was das doch für Auswirkungen hat. So. Fast geschafft. Wenn die jetzt die Sachen jetzt zerschießen können... Ne, ist gesichert. Wenn die jetzt die Sachen zerschießen und den Planeten belagern, dann haben wir gewonnen. Dann ist der Krieg vorbei. Ich habe mich gerade schon gefreut gehabt in dem Spiel, dass ich jetzt das Collective... Äh, dass ich jetzt die Solendera Imperium angreifen kann, weil es es einfach anbietet. Aber war dann doch ein Irrtum. Von uns lieber ein paar neue Planeten hier. Ah, wunderbar. Das Wohlmandate ist vernichtet. So, das kann weg, kann weg. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Irgendjemand hat uns beleidigt, die ignorieren wir einfach, interessiert uns nicht wirklich. So. Euch schicke ich wieder los. Und euch sammle ich erstmal. Wir haben viel zu viele Transportschiffe. So. Und du darfst ins Lamp, das erpennt, das System. Okay, du bist schon da, perfekt. Okay, dann wollen wir mal gucken. Du hast gerade nichts zu tun. Du hast das System erkundet. Du kannst jetzt hier oben ein wenig erkunden gehen. Du kannst auch... Hätte ich ernsthaft zwei Forschungsschiffe da in dem System? Ja, tatsächlich. Dann erkundest du jetzt mal die Trümmer. Okay, wir müssen noch einen Moment warten. Es hat noch nicht realisiert, dass wir die Planeten übernommen haben. So, Projekt erforschen. Projekte erforschen. So. Das geht auch alles weg. Unsere Flotten sind jetzt natürlich erstmal verschollen, aber die kommen schon wieder. Wir haben jetzt nur ein paar, paar viele Planeten zu viel. Wir machen keine minus 600 Energie. Das ist definitiv ein bisschen viel. Ich würde die zwei gleich mit in den Wohlsektor stecken. Dann machen wir das. Dann machen wir es. Wohl, 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 wohl. Wohl, da ist der Wohlsektor. Zack, zack. Und... Machen wir das so. Damit ist der Wohlsektor vollständig. Und das hier unten ist eine neue. Das ist das Kedashi-Directorate. Okay. Neuen Sektor erstellen. So. Damit sind wir auch wieder im Limit. Das wird der Kedashi-Sektor. So. Auch hier gehen wir mal auf Forschung, würde ich sagen. Und investieren erstmal ordentlich Mineralien da rein. Genauso den Wohlsektor, dass der sich wieder ausbauen kann. Also, wir überreden gerade einfach alles. So. Die Wohl sind damit ausgelöscht. Wir könnten theoretisch, glaube ich, jetzt... Ja. Wir könnten jetzt wirklich den nächsten Krieg erklären. Und die haben... Wait. Die haben ein unidentifiziertes Reich mit dir drin. Oder sind das jetzt hier die Wohl, die noch angezeigt werden als Bündnismitglied? Wahrscheinlich ist es das. Ähm... Okay. Erstmal... Ja. Ich werde mich dann mit allen meinen Flotten gleich im Lambda-Serpentis-System sammeln, glaube ich. Uiuiuiuiui. Einmal alles wegklicken. So. Wie geht's denn? Wir haben ein Kolonieschiff gebaut. Wofür war das nochmal? Ich glaube, wir hatten hier hinten noch ein paar Wüstenwelten, wenn ich mich richtig erinnere. Hier wäre eine Tropische. Können viel besiedeln eigentlich. Das ist schön, wie man hier jetzt die komplette Fläche hat. Da. Diese Wüstenwelt möchte ich besiedeln. Wir kolonisieren einfach weiter. Wir stehen jetzt schon recht... Also gut, wir stehen noch nicht kurz vor. Musik ist dauert noch eine Weile. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. So schnell, wie wir gerade expandieren. Von daher können wir da auf jeden Fall weitermachen. Würde ich sagen... Du warst der, der auf Tundra-Welten lebt. Für Aride-Welten habe ich leider gerade niemanden. Aber für tropische Welten. Und da hatte ich hier mindestens eine gesehen. Hier wäre eine Tundra-Welt. Dementsprechend baue ich hier ein Kolonieschiff. Mit denen. Tundra... Kleine tropische Welt. Da eine recht große tropische Welt. Die nehmen wir mit. So. Und auch hier nehmen wir die. So. Du hast nichts zu tun. Aber für dich hatte ich auch keinen Anführer. Genau. Ich erinnere mich. Du hast ebenfalls gerade nichts zu tun. Du solltest aber bald mal wieder was zu tun bekommen. Eigentlich. Du darfst hier erstmal eine Wurmlochstation bauen. Dann können wir wieder das komplette Reich überspannen. Und nur mal so aus Interesse. Ja, jetzt werden die anderen auch nicht mehr angezeigt. Ich habe die gerade gesehen. Jetzt sind die wieder nur zu zweit. Kann ich die Kadesh jetzt theoretisch gleich vernichten? Wenn ja, würde ich das machen. Einfach damit wir uns keine Sorgen um die Separatisten machen müssen. Ich bezweifle es aber ehrlich gesagt. Dati. Keshe Suras. Und nochmal vier weitere Systeme. Azaleh. Ja, vor allem wenn man drei Planeten in einem System hat, wird das schwierig. Okay. Die Kadeshie vernichten können wir jetzt nicht im nächsten Krieg leider. Ähm. Das heißt... Die Otari können wir die... Wahrscheinlich auch nicht. Ich würde sie trotzdem gleich nochmal angreifen. Wahrscheinlich. Was sagen denn die Fraktionen? Denen geht es gerade recht gut. Die sind alle recht loyal. Damit kann man gut arbeiten. Müssen wir mal schauen, mit wem wir als nächstes in den Krieg geraten. Ob wir jetzt diese Allianz erstmal ausräumen. Oder ob wir uns um jemand anderes kümmern. Wie zum Beispiel hier die Beldros zusammen mit dem... Mit der Slappernor. Und eben der Otari-Commonality. Meine Chance hätten die nicht wirklich. Wir müssten halt nur einen Zweifrontenkrieg führen eigentlich. Aber man sieht, die anderen haben keine Chance mehr. Oh stimmt, Marin Karin. Die Quest gab es ja auch noch. Randelemente auf Magrati haben sich gruppiert, um eine quasi-religiöse Organisation aufzustellen, die alle Aspekte der Marin Karin Blume und ihrer Kultuierung kontrollieren soll. Ihr Anführer, der selbsternannte grüne Hierophant dieses Blumentempels behauptet, für die gesamte Flora und Fauna von Magrati zu sprechen. Er fordert exklusive Handelsrechte für die Pflanze. Dies ist natürlich völlig inakzeptabel und unmöglich, da die einheimische Pflanzenwelt von Magrati kaum strategischen oder wirtschaftlichen Wert hat. Und demzufolge dem Gesetz nach nicht von der Welt gebracht werden darf. Leider werden sie diese Tatsache wohl kaum so ohne weiteres akzeptieren. Na super. Wir hätten diese Pollen vernichten sollen. Wir hätten sie vernichten sollen, sobald wir so lange wie die Gelegenheit hatten. Ah ja genau, wir forschen gerade die Tachian-Lanz an das Impulstriebwerk. Die letzte Folge habe ich gestern aufgenommen, deswegen bin ich ein bisschen raus aus dem Ganzen. Der Anfang vom Ende des Pollens. Der Blumentempel und seine Anhänger machen nun eine beträchtliche Minderheit auf Magrati aus. Außerdem erreichen uns Berichte über eine beunruhigende Veränderung in der Bewegung. Ihre zwecklosen Versuche, Marin-Karin-Exemplare von der Welt zu schmuggeln, sind Tag für Tag weniger enthusiastisch geworden, da sich der Blumentempel nun in eine Art von Weltuntergangskult zu verwandeln scheint. Wahrscheinlich gibt es diesbezüglich einen Zusammenhang mit den jüngsten Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung des Marin-Karin-Pollens, den unsere atmosphärischen Sensoren entdeckt haben. Wir haben ein Spezialprojekt vorbereitet, um die damit verbundenen Risiken zu beurteilen. Es empfiehlt sich, dieses Projekt abzuschließen, bevor die Lage schrecklich eskaliert. Oh ja, das empfiehlt sich definitiv. Anomaly gefunden, die ist erstmal uninteressant. Wissenschaftler Stufe 4 brauche ich hier mindestens. Dann kann ich dich da hinschicken. Das mache ich auch gleich. Dann darfst du dich nämlich erstmal darum kümmern. Das hat Priorität, das ist wichtiger. Mehr Kriterien abgeschlossen, ein paar Bauprojekte, wir haben viel zu viele Schiffe. Viel zu viele. Wenn das Ding da fertig ist, die Station, dann können wir die Systeme hier komplett umfassen quasi. Also wenn wir kontinentale Welten kolonisieren können, bin ich auf jeden Fall auch hier hoch. Das steht fest. Du darfst aber erstmal ein bisschen ausbauen. Wir sind immer noch am Jumpen. Achso, weil da verschiedene, glaube ich, waren in dem System. So, ihr bleibt jetzt erstmal hier. So, die Missionars-Lotte. Ihr dürft euch die ganzen anschließen. Hier dürft euch alle der Missionars-Lotte anschließen. So, stopp, stopp, stopp. Jetzt stimmt's, glaube ich. Ja. Jetzt sollten die sich der Flotte anschließen. Gucken wir mal, wie groß das jetzt wird hier. Ich schüttel mir die Missionars-Lotte nochmal an den Rand des Ganzen. Die Trümmer bringen uns hier nicht viel. Die Anhörmalie werden wir auch erstmal beiseite lassen. Marin-Karin, abgewendete Katastrophe. Durch schnelles und entschlossenes Handeln konnten wir die Risiken identifizieren, die mit den schnellen Veränderungen der Pollen auf Maigrati verbunden waren und die notwendigen Gegenmaßnahmen einleiten. Dazu gehörte die vollständige Evakuierung des Planeten und seine umfassende Bombardierung mit Pestiziden, die auf die Marin-Karin-Blume und ihresgleichen abgestemmt waren. Die Pflanzen waren in rascher Mutation begriffen und hätten wir sie nicht vernichtet, wäre über ihren einzigartigen Pollen schon bald ein starkes Nervengift in die Riechorgane aller fühlenden Lebewesen auf Maigrati gelangt. Die Wissenschaftler des Kolonisationsrats haben die Theorie aufgestellt, dass dies ein Teil des natürlichen Zyklus auf Maigrati sein könnte. Die nachteiligen Wirkungen auf uns, in anderen Worten die Zusammenbrechende lokale Verwaltung, der Ausstieg des Blumentempels und die letztendliche Pollenvergiftung waren demnach eher zufällige Nebeneffekte als das Resultat eines böswürdigen Verteidigungsmechanismus einer Pflanze. Nichtsdestotrotz sind sämtliche Spuren der Blumen von der Oberfläche des Planeten getilgt worden. Unsere Kolonisten sind nun wieder in Sicherheit und stehen nicht mehr unter dem Einfluss des Pollens. Ende gut, alles gut. War zwar anstrengend, hat Zeit gekostet, aber das Problem ist damit auch gelöst. Und ihr seid wieder frei. Wo haben wir denn die Dinger gefunden? Na super, am anderen Ende der Galaxie. Dann darfst du mir jetzt mal die beiden Dinger untersuchen, bitte. Ach, du kannst das wenigstens auch. Du weißt wenigstens, was du tust. Habe ich zumindest. Ich würde dich hier gerade nochmal sammeln. Mittlerweile sollten sie auch alle irgendwo am Rand sein. Konstruktion complete. Mir gefällt es übrigens nicht, dass die eine Militärstation in unserem Gebiet haben. Das ist zum Beispiel eine positive Änderung mit dem Patch, dass so Militärstationen weg sind. Dass die rausfallen. Also, dass die quasi zerstört werden, wenn man das Gebiet nicht mehr kontrolliert. Geht übrigens auch für Wurmbachstationen. Das Ding kann ich ausbauen. Deswegen ist es leider nicht in meiner Reichweite. Das ist auch nicht in meiner Reichweite leider. Kann ich irgendwas Sinnvolles tun in der Nähe? Das sieht gerade nämlich irgendwie nicht so wirklich danach aus. Doch, natürlich. Ich kann Sanctuary endlich mal ausbauen. Womit habe ich das noch nicht gemacht? Das ist eine ganze Menge. Ich meine, wir können halt auch einfach vier Spätests beobachten. Also, das System wird uns unglaublich viel Forschung bringen. Mittlerweile macht das nicht mehr so viel aus, weil wir halt schon sehr viel haben. Aber es wäre unglaublich mächtig zu einem früheren Zeitpunkt im Spiel, glaube ich. So. Ich gebe mal wieder ein paar Mineralien ab. Ich meine, wir machen über tausend mittlerweile. Moment. Habe ich nur irgendeinen Sektor, der auf Mineralien eingestellt ist? Ja, habe ich. Bauen wir die um. Ich will hier keine Mineralien-Sektoren haben. Wir haben genug Mineralien. Baut alles um. Die Flotte ist gesammelt. Das ist sehr schön. 40.000 Schiffe. Ich glaube, wir reparieren die mal kurz und dann werden wir gleich den nächsten Krieg führen. Wahrscheinlich. Wir lassen uns da gar nicht lange lumpen. Wobei es mittlerweile schon ziemlich anfängt zu ruckeln. Und die A-Decks hier unten sind damit offiziell eingekreist. Die kommen nicht mehr raus. So, dann sammelt auch ihr euch mal. Carbonarin hat ein Bauprojekt abgeschlossen. Die Kolonieschiffe, die neuen. Sehr schön. Hier, ihr seid die Tropen. Ihr geht hier nach Ithraben. Und dürft das Ding besiedeln. Und euch hatte ich mit der Thunderwelt. Ihr wart irgendwo hier in der Nähe auch. Oder ich glaube, ein Stück weiter unten. Wo waren denn die? Ha. Jetzt finde ich diese Welt nicht mehr. Na, super. Ach doch, hier. Okay, okay, passt. Alles bestens. Einser Zivilisation. Freies Konstruktionschef haben wir auch wieder. Das ist sehr schön. Ah, wir haben, ja. Wir können die Kadeschi jetzt komplett überrennen. Und ich glaube, ich werde meine Flotte dann irgendwie in acht Teile aufteilen oder so. Das Motto, eine für jeden Planeten. Okay, zehn wären das, die wir bräuchten. Meine Schiffe haben sie nicht mehr viel. Die haben wir größtenteils vernichtet gerade. Da müssen wir uns also keine Sorgen drum machen. Dann würde ich sagen, bauen wir das Ding hier als nächstes aus. Du darfst danach das hier ausbauen. Ich mag diese Flotte. Die ist schön. Die ist so schön groß. Ein gigantisches Skelett. Spezialprojekt. Du darfst es vorziehen und darfst zuerst das Projekt erforschen. Es gibt nämlich viele Punkte normalerweise. Wobei das halt auch bei uns auch wieder nicht so viel ausmacht für uns. Wir sollten aufhören, Träumer zu analysieren. Es sei denn, dass es die von vorn empfeuern. Die anderen bringen uns nichts. Also, so gut wie nichts. Vielleicht könnte man auch mal reparieren eventuell. Was machen die? Die fliegen jetzt einfach in den Raumhafen und werden dabei gehalt? Sieht so aus. Die 40.000er Flotte ist hier. 7.000 sind noch im Anmarsch. Ah, ich finde das schön. Die vorn empires werden wir auch noch zerlegen. Einfach aus Prinzip. Mindestens eins davon. Wobei wir nicht die, äh, bei Therian Enclave angreifen werden erstmal. Obwohl sie, glaube ich, die schwächste ist. Aber gut, die können uns immerhin auch sehr gut leiden, tatsächlich. Die sind wir nicht beachtenswert. Und die mögen uns einfach nur nicht. Okay. Okay, okay, okay. Gut, die Kolonieschiffe sind unterwegs. Das Ding wird noch, also das und das wird besiedelt. Ich schnapp mir mal, ups, nein. Nein. Ich wollte das zumachen. Wie mache ich das? Einfach draufklicken? Ja, okay. Ich wollte nämlich den... Wohlsektor? Ja, der Wohlsektor ist das. Da würde ich einfach mal die hier ansetzen. Die mit reinstecken. Denn die werden immerhin alle kolonisiert bald. Wahrscheinlich. Auch wenn die jetzt nicht wirklich von Wohl kolonisiert werden, ist es ja auch egal. Das ist halt mein Volk, was da landet. Wir haben in der Zwischenzeit eine Sabotage. Na super. Die sind halt schon fast da. Es geht mittlerweile doch schon sehr, sehr schnell. Die Flotte ist auch repariert. Ich würde denen mal entgegenkommen, tatsächlich. Die werden noch repariert. Und wir haben eine Flotte von 45.000 stärker, Leute. Ach, das ist schön. Ist immer noch weniger als ein Vor- und Empire, aber es ist schön. Alle anderen haben keine Chance. Wir können einfach weiter... Also, rein von der... Rein von den Kosten her können wir einfach weiter Schiffe bauen. Bis zum Umfallen. Ich gucke jetzt mal, wenn die sich gleich zusammengeschlossen haben, wie es denn aussieht. Wovon wir viel haben. Wir haben nämlich kaum Kreuze, so wie es aussieht derzeit. Jetzt hat uns noch nicht mal Punkte gebracht, das Ding zu analysieren. Na super. Ich frage mich halt, wie wichtig die Kreuzer sind. Also, ich habe mittlerweile von einigen Spielern gehört, dass die Kreuzer wohl ziemlich irrelevant sein sollen. Generell habe ich von einigen Leuten gehört, dass dieses Setup, wie ich es habe, ziemlich schwach sein soll. Aus dem simplen Grund, dass man eigentlich so viele große Slots hier möglich haben will. Weil man mit diesen großen Lanzen und Ähnlichem einfach mehr Schaden austeilen kann. Das heißt für mich im Klartext, für diesen Fall, ich baue die mal um. Ich werde Partikellanzen auf die Slots hauen. Oh, geht das auch? Dann würde ich Punktverteidigung auf dieses Slots hauen und hier dann einfach ein paar Autokanonen. So. Dann hier natürlich die Reaktoren. Irgendwoher müssen wir ja Energie nehmen. Das geht tatsächlich, das ist schön. Wobei ich das ein bisschen umstellen würde, glaube ich. Genau, machen wir es nämlich so. Dann können wir hier Panzerung hinsetzen. Und das wird der neue Kreuzer. Mal gucken, welcher Kreuzer ist teurer. Nur so ist das Interesse. Oh ja, der neue ist deutlich teurer. Dann würde ich den alten Bauplan einfach mal löschen. Und wir gucken mal. Ja, ich kann die upgraden. Das würde ich dann einfach mal mit allen machen. Mal eben, dass wir... Wobei, wir kriegen bald die Tachyon-Lanzer. Egal, wir machen das trotzdem. Also das ist so das Setup, was sich geändert hat. Zum einen. Dass man eben wesentlich stärker... Also dass man wohl, wenn man die Möglichkeit hat, nur auf die großen Dinger setzen sollte. Auf die ganz großen Kanonen quasi. Und die kleinen Slots mit Punktverteidigung zu hämmern soll. Und nach dem, was ich bisher gesehen habe, ist das auch tatsächlich ziemlich effektiv. Und generell hier die defensiven Gefechtscomputer vor allem. Bei der Korvette geht das natürlich nicht. Und bei den Schlachtschiffen haben wir es schon gemacht. Können wir jetzt Upgrades installieren. 93 Schiffe werden verbessert. Für 7000 Mineralien. Also nicht wenig. Aber dennoch werden wir das tun. Reparieren wir ein paar Schiffe. Ich gucke mal kurz, was die Fraktionen so machen bei uns. Ich möchte mich mal interessieren, ob die jetzt schon Probleme bereiten. Die einzigen, die irgendwas machen, sind dieses Sibolan. Die sind nicht so problematisch. Das ist der eine Sektor. Aber okay, uns geht es gerade recht gut. Wir kolonisieren weiterhin fleißig. Und ich sehe gerade... ...dass wir hier einen Planeten haben, den ich eigentlich nicht haben will. Das ist Südpastania. Okay, da schicke ich dich natürlich mit dazu. Welcher war das hier? So. Jetzt sind wir auch nicht mehr über mir mit. Ähm... Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das hier schon kennt. Ich lese es aber mal vor. Wir haben die skelettierten Überreste, die auf Ortriga 6 gefunden wurden, eingehend studiert. Wissenschaftsoffizier Zaglor hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass die Kreatur als eine Art organisches Raumschiff fungiert hat. In dem großen Skelett wurden deutlich kleiner Knochen von mindestens drei verschiedenen Spezies gefunden. Wir nehmen an, dass sie von Besatzungsmitgliedern stammen. Dieses organische Raumschiff hat aus unbekannten Gründen katastrophale Schäden erlitten und ist auf Ortriga 6 abgestürzt. Wir haben zwar keine Hoffnung, die zum Aufziehen eines solchen Raumschiffs notwendige Biotechnologie zu verstehen, doch allein das Studium dieser Knochen hat unser Wissen deutlich vorangebracht. Oh, das ist schön, was wir da bauen können. Ich hätte jetzt gucken sollen, wo das war, damit ich das Ding gleich ausbauen kann. Aber egal. Ist nicht schlimm. Und ich sehe gerade, wir haben kein Geld mehr. So, stecken wir ein bisschen was in die Sektoren. Die meisten können sich selbst finanzieren. So, die Transportflotte ist repariert, das ist sehr schön. Ich habe ja noch Truppen in Riblaria. Tatsächlich reichen mir die Truppen auch erstmal, die ich habe. Und jetzt wird gleich erstmal die Missionarschlotte ausgebaut. Uiuiui, das wird ewig dauern. Ja, es wird ewig dauern. Ich sollte das Ganze nochmal abbrechen. Bis das Ding fertig ist, haben wir nämlich die nächste Tech. Und können das Ganze gleich nochmal ausbauen. Gut, dann warten wir jetzt an der Stelle. Wir lassen die ersten hier stehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir bei der nächsten kleinen Staffel wieder sind. Wenn wir dann die Tarionlanzen freischalten, unsere Schiffe upgraden, und doch unbesiegbarer werden von normalen Reichen, als wir es jetzt schon sind. Und die Welt noch mehr orange einfärben. Bis dahin und ciao.